es gibt solche leute über die soll man einfach reden oder anscheinend so abraham hat uns gefallen oder abraham war mega ich glaube bebeto es ist zeit für eine pause mein freund ist zeit für eine pause hier passiert wieder was hier ist wieder richtig action heute alter das liebe ich das liebe ich dass hier heute wieder so viel los ist im stream und ich so ein bisschen spaß haben heute oder was in den backen aber das wird jetzt ein hartes match hier wieso laufen wenn ich spiele nämlich wie schnell ist er denn alter ist ja das ballerien oder so war er so schnell was das für ein fußball i love this game crisscrosses wieder on fire meine peste freude mann come on ey nicht sofort das gegentor ja nicht babu erstmal mit anlaufen ach du kacke das war nicht so geplant wir kommen aus dem abseits was für ein tor wie auf der konsole ja ich spiele auf der konsole mein freund pass auf das wird jetzt ein mega eigentor hier kommt entgegen junge immer schön mit radar spielen heute ganz wichtig ohne radar geht gar nichts die ganzen anfänger ist ganz ganz wichtig dass man erst mit radar zockt hier was konzentrieren hier warum junge das war richtig baba ja freischuss holt der macht ich habe keine roberto carlos dabei kann das immer will oder tisch mit links kommen er ist gut ich liebe dieses spiel 2 0 was ist da los meine bestreude wir machen party wir holen uns die punkte wieder die verlorenen das war schlecht von mir torwart was für den was für ein ding alter er hält er hält es echt fest und kennt es wenn man zu früh feiert das ist aber so was von glasklar ja das war so was von ein elfer alter wollt ihr mich verarschen wie viel willst du noch überholen aus 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 ja 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 wichtig martinez kommt an alter er spielt er spielt zu hektisch das müssen wir ausnutzen er spielt zu hektisch nach vorne abseits warum versteckt sich abraham hinter dem raum wollte ich schon gerade sagen doch man ein euro stehen hat im euro für dich überweise ich dir zurück da macht abraham den lupfermann er kommt hinterm baum hervor und macht den lupfer als tor schreibt sich sogar meine bestreunde was geht hier ab das ist immerhin 860er spieler den wir mega vorführen alter so muss es laufen und nicht anders so und nicht anders das war natürlich jetzt ich sage ja wenn man zu früh feiert ich dachte ich darf den mut nicht zu voll nehmen man bekommt immer die strafe man bekommt immer die strafe ich krieg zu viel das geht das ding in unterschied aus oder ich will ihr das ding ich weiß es einfach ich weiß es da war doch so oder läuft er nicht ich habe ihn angewählt er läuft nicht was so für die anfänger unter euch ihr könnt mit r1 was mache ich denn für faxen hier was mache ich jetzt für faxen hier das war heutzutage jetzt kriegt das ding rein jetzt kriegt das ding rein weil ich da eigentlich das nicht wollte ich sag's doch ich krieg das ding rein wenn man so ein fehler macht leute ist vorbei ich wollte euch eigentlich was zeigen wie man auf l1 und r3 die spieler schickt und jetzt verkacke ich dieses game hochmut kommt vor dem fall so sieht es aus alter so sieht es aus und jetzt bin ich hier mega am arsch jetzt kriegt er den aufwind das werde ich verlieren jetzt meine machen nur noch viel besser muss ich wieder konzentrieren er ist nämlich zu gut als dass er das jetzt irgendwie abgeben kann hier ne er wird jetzt richtig das machen wir und so war das 11 meter aber wir müssen auf die zweite halbzeit gucken so sind meine ich dran weiß es ist es ist doch nicht wahr leute kein zugriff mehr ich dachte so genau so sieht es aus genauso läuft so ein spiel wenn man das 1 zu 3 reinkriegt für die das ding jetzt ist so heute kann man nichts machen da stimmt man dann rum hat kein zugriff mehr aber ich hab's ich hab schon bewusst dass es so läuft wir müssen weitermachen jetzt da kann man spielen wie man will bei ihnen läuft auf einmal alles wie am schnürchen wir müssen weitermachen trotzdem nervig ne wir hatten die ganzen dinger bei ihm gemacht ja wir machen immer weiter das war echt ein psychologischer neckbreaker ja das ding war einfach nur ich wollte euch gerade was erklären dass 1 3 war ok kann er ja machen aber ich wollte euch gerade was erklären war dabei beschäftigt im kopf so von wegen so er wie geht den tastenkombination noch mal für dieses manuelle schicken in dem moment konzentriere ich mich nicht richtig und dann macht er das 2 zu 3 das war ein mega fehler aber hoch und kommt vor dem fall alter die war als darf ich beim 3 0 so abfeiern alter ich muss konzentriert bleiben und ich war es nicht mein eigener fehler bei 3 0 muss ich den ball besser durch die eigenen reihen laufen lassen und ich habe natürlich kein gutes gefühl das ist ein mega psychologischer vorteil für ihn jetzt was geht in freiburg wusste ja ich grüß dich in freiburg mein controller wäre schon wieder hin nein wir müssen das mit heute leute wir müssen das mit dem band wenn ihr dann sage ich mal verzweifelt nach so einer aktion jetzt hier dann seid ihr bei passen nicht richtig weil sowas passiert sehr sehr oft ich glaube das ist so ein game es kann sogar jetzt 6 3 für ihn ausgehen mental game so sieht es aus ich glaube das ist so ein game es kann sogar jetzt 6 3 für ihn ausgehen wer jetzt mental der stärkere ist wird das ist spiegelwind und wer jetzt sage ich mal nicht bevorteilt wird und die verteidiger auf einmal darum rutschen weißt du nicht so nah dran sind und so weiter das wird jetzt ganz stark darauf ankommen ich werde jetzt auch einen hoch stellen wie er auch sonst drückt er mich hinten rein ich bin gestört da sauber f meter klarer elfer hoffentlich guckt er mein stream standbild ach du scheiße ich habe standbild leute es ist gerade ein 11 für mich was machen wir jetzt denn das kann doch wohl nicht wahr sein in so einer situation jetzt hier alter ich muss mich beeilen ich habe es hingekriegt ja mann war das keine rote rechtzeitig wieder da das ist das ist das ist das ist das ist wie er mich zuläuft das ist so krass keiner kommt entgegen vieler wechsel gerade eine katastrophe nicht so war es jetzt so kann es nicht den ball vor alter ja genau die schwimmen hier rum vielleicht sollte ich weitermachen und nicht da ist keiner da da ist keiner da alter ist das krass mit dem druck ist das krass abraham ist der beste mann alter was macht martin es alter was macht er soll stehe steil gehen wo es ist ende gelände hier martin es schicke ich und er bleibt einfach stehen er bleibt aber ja komm herr spiel mich auf engen raum an alter was war das bitte wir haben auch noch memphis so ein bisschen zentraler spielen hier bebeto jungs wir haben doch bebeto wir müssen uns mit bebeto jetzt machen hol mit dem ball am liebsten weg komm wir hauen den ball mal richtung eckfahne alter einfach richtung eckfahne eckfahne und er ist durch klasse immer jeder ball ist jetzt mal jemand da werdet ihr sehen ein pass kommt mal vernünftig zum mann mann kennt es einfach alter und und kommt um schneller ja ja aber wir haben so katt ist was macht er war buda nein das ist heute ich krieg zu viel leider ich krieg hier gleich den herzinfarkt da was ist das für ein spiel ja vielleicht sollte ich doch nicht so defensiv stehen vorsicht jetzt ich muss nicht aushilfen die ist so schnell unglaublich dass er da gebremst wird in das ist geil hier spielt man nach links rechts gespielt war doch klar da war noch die lücke da warum ist das manchmal nicht so dass die richtig 84 das muss jetzt durch sein das ding hier ruhig 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 park spielt jetzt gerade zmf bb was für eine ecke park ist der geilste ist aus an die wir haben einen neuen wir haben einen neuen liebling park vorsicht einfach nur ich muss mal einfach klären und nicht mal diese xp klasse 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 nach spielzeit machen wir noch ein das ding werden wir jetzt nicht mehr verlieren ja wichtiges spiel hier wichtige spiel danke button das beste hinten schwimmen und kämpfen und dann die konter setzen ist so alter aber solche siege alter dafür lieben wir pass leute dafür lieben wir passen wenn man solche spiele mit macht dann erlebt man wieder spiele wo man denkt so ach du kacke warum verliere ich das ding aber dafür lieben wir dieses spiel was für ein game was für ein game mal ja 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 ja